Der Gartekomfort ist ein Fahrradschlauch, der nicht in sich geschlossen ist, sondern zwei Enden hat. Der Vorteil ist, dass man den Fahrradschlauch sehr schnell wechseln kann, ohne das Rad zu demontieren. Wir können alle Radgrößen überbrücken und haben alle Ventile mit an Bord und können auch alle Ventile hier anbieten. Es geht sehr schnell, also ich brauche für den Radwechsel zwischen ein bis zwei Minuten. Also das Adbike ist ein Zubehör, der erlaubt, ein normales Fahrrad in ein Lastenrad zu verwandeln. Für Modulen haben wir verschiedene Modulen für das Adbike. Modulen für Familien, Kind oder Hundebesitzer. Wir haben eine große Kompatibilität mit vielen Fahrradstypen und E-Bikes ist es auch möglich. Es ist nur fünf Minuten, das zu umbauen. Drei Schritte. Setzen Sie die Gaben auf die Achse, dann sperren Sie, dann setzen Sie die Bremse und dann können Sie es fahren. Man braucht den Antriebsempferter, um die Kette, die Schaltung zu reinigen, von direkt zu entfernen und dadurch den Verschleiß zu minimieren und die Folgekosten zu reduzieren. Die wenigsten Leute reinigen den Antrieb, die Kette und von daher haben wir gesagt, wir müssen das mit aufnehmen, da wir aus dem Rennsport kommen und das Ganze selber halt immer machen. Nach dem Antriebsempferter nennt man das Antriebsöl, um die Kette wieder geschmalig zu machen und eine gute Schalteigenschaften wieder zu erwirken. Unser Produkt entscheidet sich darunter, dass wir keine Lösungsmittel, keine Kennzeichnungspflicht haben, vegan sind, ohne Tierversuche und biologisch abbaubares Produkt haben. Musik 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 lo